FDP-Politiker fordert Ukraine-Soli von NATO-Staaten in Höhe von 0,25% des BIP, die Idee eines Ukraine-Soli von NATO-Staaten könnte eine Möglichkeit sein, der Ukraine effektiv zu helfen. Durch eine gemeinsame finanzielle Unterstützung könnten die NATO-Staaten dazu beitragen, die Sicherheit und Stabilität in der Ukraine zu verbessern. Es wäre wichtig, dass alle NATO-Staaten sich an diesem Soli beteiligen, um eine solidarische Unterstützung zu gewährleisten. Es ist jedoch auch wichtig, dass die Hilfe für die Ukraine nicht nur auf finanzielle Unterstützung beschränkt bleibt. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass die Ukraine politisch und wirtschaftlich gestärkt wird, um langfristige Stabilität und Entwicklung zu fördern. Es wäre daher sinnvoll, neben einem Ukraine-Soli auch weitere Maßnahmen zu ergreifen, um der Ukraine auf unterschiedlichen Ebenen zu helfen. Es ist bedauerlich, dass der Vorschlag bislang am Kanzler scheitert. Es wäre wichtig, dass die politischen Entscheidungsträger sich über die verschiedenen Möglichkeiten der Hilfe für die Ukraine austauschen und gemeinsam nach Lösungen suchen, um der Ukraine effektiv zu helfen. Es bleibt zu hoffen, dass der Vorschlag eines Ukraine-Soli von NATO-Staaten weiter diskutiert wird und letztendlich umgesetzt werden kann, um der Ukraine in ihrer schwierigen Situation zu unterstützen.